Hallo, G-Hunt hat eine neue Version herausgebracht und eine Bekannte von mir meinte, meine Anleitung würde nicht mehr funktionieren. Also habe ich mir gedacht, schauen wir uns mal an, wie das neue G-Hunt so funktioniert. Einmal habe ich jetzt hier die Anleitung, mache ich mir ein Terminal auf und mit der Extra-Taste, manche sagen auch Windows oder sonstige Taste und den Pfeil nach rechts oder links kann man die Fenster so aufbauen. Ein bisschen größer. So, gesagt wird, hier einfach PIP3 install. Mal schauen, ich habe ein frisch installiertes System. Pison 3 PIP muss erstmal installiert werden. Äh, natürlich muss ich die ganze Zeile kopieren. Das geht unter Linux mit markieren, mittlere Maustaste. So, probieren wir das Ganze nochmal. Äh. Na ja, also, hier wird sich beschwert, dass ich PIPX nicht über PIP3 installieren soll. Also machen wir halt sudo apt install PIPX. Gut, PIPX sollte installiert sein. Probieren wir es nochmal. Sehr schön. Dann versuchen wir mal G-Hunt zu installieren. So, was passiert als nächstes? Ich soll den G-Hunt-Login machen. Okay. Dafür brauche ich ein Add-on. Ich habe hier den LibriVolf. Das ist ein Firefox-basierter Browser. Und hier kann ich den jetzt anpinnen. So. Aber wenn ich den jetzt auslöse, was soll er denn machen? Okay. Wie erwartet, er möchte, dass ich mich bei Google anmelde. Und jetzt sollte ich mit Fie-Hand-Login starten. Okay. Das war mein Fehler. Ich sage hier, ja, ich muss das Terminal neu starten. Das habe ich vorhin übersehen. Okay. Okay. Also, jetzt hat er die Credits. Und jetzt sollte ich G-Hunt nutzen können. Also, ab hier ist die Bedienung wieder so, wie es hier beschrieben ist. Ich schreibe G-Hunt. Dann eben, ob ich E-Mail oder eine Gaia, oder eine G-Hunt, oder Drive-Informationen habe und bekomme dann eben diese Ergebnisse. Also, ab da dürfte es wieder so sein, wie in der alten Version. Also, habt Spaß mit G-Hunt. Macht's gut. Ciao, ciao.